Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu weiteren Supertest-News diese Woche. Wir hatten ja schon welche, nämlich am Dienstag Überarbeitung von Paris und eine weitere Überarbeitung von Flugplatz. Das Video packe ich euch da oben, rechts oben in die Infokarte mit rein. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne nachschauen. Und heute geht es um einen Panzer, auf den ich denke mal viele schon eher gehofft hätten, beziehungsweise vielleicht auch tendenziell warten. Nämlich den polnischen TD Premium, den SDP-WZ-66Krom. Und der ist nicht neu im Supertest, der ist bereits im Supertest und wird jetzt aber nochmal, oder was heißt nochmal, er wird auf jeden Fall überarbeitet. Der bekommt neue Werte und die schauen wir uns heute an. Wir setzen die natürlich auch in den Vergleich zu den Werten, mit denen er damals in den Supertest gegangen ist. Und ziehen natürlich auch wieder einen Vergleich mit anderen Jagdpanzern auf der Tierstufe. Warum sich Wargaming nun so lange Zeit lässt mit diesem Premium, I don't know. Mittlerweile glaube ich fast dran, dass sie den dann erst in den Lootboxen zu Weihnachten bringen, damit sie dann ja ihrer Tradition treu bleiben, eine neue Spielmechanik, also einen Panzer mit einer neuen Spielmechanik in den Lootboxen zu haben. Was ja dann so gesehen nicht ganz stimmen wird, weil die polnischen TDs sind ja nun mittlerweile schon seit einiger Zeit im Spiel. Sei es drum. Wenn euch diese Videos hier gefallen, lasst ihnen gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen YouTube-Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr und ihr helft mir auch aktiv hier in meiner Arbeit. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal rein in die Werte des Fahrzeugs. Vergleichen wir zuerst die Werte, die das Fahrzeug bisher im Supertest hatte und die Werte, die das Fahrzeug jetzt im Supertest haben wird. Rechts die alten Werte, links die neuen und ihr seht schon, ich habe es in der Mitte ein bisschen aufgemacht. Ein CC-Kollege hat das so wunderbar schon mal zusammengefasst und ich habe mir das einfach mal als Screenshot aus Discord rauskopiert, um euch das Ganze hier mit zu zeigen. Rein optisch bleibt das Fahrzeug identisch. Was sich ändert ist, der Alpha, der maximale, aber auch der minimale Alpha, bisher 700 maximal, 350 minimal. Neu ist jetzt 800 maximal und 200 minimal. Daraus lässt sich schon schließen, dass Wargaming hier natürlich die Spieler noch mehr dazu bringen will. Das Fahrzeug in der ersten oder in der zweiten Reihe zu spielen, denn der minimale Schaden pro Schuss wird halt noch geringer. Und dadurch, dass die Nachladezeit auch steigt, wird damit die Effektivität des Fahrzeugs, wenn man ihn als klassischen TD hinten im Bus spielt, noch schlechter, als das die polnischen TDs bisher schon sind. Anders sieht es aber aus, wenn man das Ganze, jetzt muss ich mal gucken, ob der Kollege richtig gerechnet hat. Ich komme nämlich auf einen anderen Wert, aber es kann sein, dass er mit den effektiven Werten und nicht mit den Basiswerten gerechnet hat. Anders sieht es aus, wenn man das Ding wirklich in der Front spielt. Ich rechne es nochmal nach. 60 durch 16,8 mal 800 sind bei mir 2857. Der CC-Kollege kommt hier auf 2892. Das liegt daran, dass er mit den effektiven Werten hier rechnet, wobei er hier mit 15,5 rechnet. Sei es krumm. Ich komme auf 2857er DPM. Also vorne, in der ersten Reihe wird das Fahrzeug effektiver durch den höheren Alpha, ist aber besser bekämpfbar durch den längeren Reload. Und in der dritten Reihe, wenn man ihn als Camper spielt, ist er mittlerweile noch eine größere Katastrophe. Ansonsten, der Topspeed steigt von 40 auf 45. Das Leistungsgewicht steigt, das ist hier noch nicht mit erwähnt, von 14,7 auf 15,9. Das Fahrzeug wird also insgesamt beweglicher. Die Drehfreudigkeit bleibt aber gleich bei 32 Grad an der Wanne. Und das kommt dadurch zustande, dass einfach die PS steigen. Von 750 auf 820. Und jetzt suche ich gerade die PS in der Liste. Hat er sich dann wohl ausgerechnet, weil... Also auf TanksGG ist die rechte Variante schon zu sehen. Die PS-Zahl, die kommt ja gar nicht mit vor. Das ist halt ziemlich witzig. Aber die Werte sind dann quasi zurückgerechnet. Das wird schon stimmen. Die Panzerung wird schlechter von 120 nominell auf 100. Dadurch, dass der Winkel gleich bleibt, wird es jetzt nicht so überragend werden. Aber Wargaming schreibt selbst, die Gunblende 300 mm. Gut, die ist jetzt relativ klein, aber treffbar ist sie halt trotzdem. Und die Hitpoints gehen runter von 1400 auf 1300. Damit kann man es grob zusammenfassen. Er teilt dickere Kellen aus. Ist aber dadurch, dass er den längeren Reload hat, besser bekämpfbar und auch schneller tot. Weil einerseits längerer Reload, man kann halt öfter auf ihn schießen, ehe er zurückschießen kann. Die Panzerung wird schlechter und die Hitpoints werden geringer. Also insgesamt, auch wenn der Alpha und der Topspeed steigt, sehe ich hier erstmal eher einen Nerf als einen Buff oder beziehungsweise ein Gleichbleiben der Werte. Nur Verlagerung irgendwie. Also für mich ist das tendenziell ein kleiner Nerf des Fahrzeugs. Werfen wir einen Blick auf die Vergleichstabelle. Und hier primär mit dem bestehenden Tech Tree. Und ihr seht schon, der Grom ist aktuell mit seinen bisherigen Werten auch auf Tanks GG schon enthalten. Deswegen ist er hier auch mit drin. Wir gucken aber auf den Kielaner, um da auf jeden Fall ein Gefühl zu kriegen, wo der Grom da jetzt mit den neuen Werten landet. Alpha steigt. Damit hat er natürlich im Nahkampf den etwas höheren Alpha. Wie gesagt, 16,8 Sekunden Nachladezeit. Trotzdem die DPM, wenn man es ausrechnet, minimal besser als beim Tech Tree. Die Kanone beim Premium bisher, die ist ja identisch geblieben. 2,7 Sekunden Einzelzeit ist besser als der Tech Tree. Dafür ein bisschen ungenauer. Aber ich glaube, auf die Distanzen, wo man den spielen soll, macht es nicht so viel aus. Was wir halt nicht wissen, sind die Soft Stats. Jedenfalls nicht, ob die sich ändern. Bei der bisherigen Version sind die Soft Stats ein bisschen besser als der Tech Tree. Und dementsprechend dürfte der auch, wenn er minimal schlechtere Genauigkeit hat, in der ersten und zweiten Reihe trotzdem ähnlich, vielleicht sogar tendenziell ein bisschen besser funktionieren. Grundsätzlich muss man aber durch den längeren Reload jetzt natürlich aufpassen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, dass ich es tendenziell eher als Nerf sehe. Aufpassen, wegen längeren Reload, wegen weniger Panzerung und weniger Hitpoints natürlich auch, dass man da nicht einfach rausgeschossen wird. Man braucht also Support. Wenn es um die Mobilität geht, hat man jetzt mehr Topspeed, etwas mehr Leistungsgewicht und steht damit besser da als der Tech Tree. Zumal wir die Wanddrehgeschwindigkeit von 32 Grad auch nicht vernachlässigen dürfen, unterschlagen dürfen. Denn die ist ja auch, die ist jetzt schon besser, die bleibt auch gleich. Und dementsprechend wird der Krom einen Ticken mobiler sich anfühlen als der Kilana. Dafür hat er, wie wir schon sehen, noch mal weniger Panzerung bekommen. Der Kilana hat in der Front 200 Millimeter, wobei hier die Frage gestellt werden muss, da gucken wir gleich mal drauf, wo er die denn überhaupt hat. Und da stellen wir fest, der Kilana hat die 200 Millimeter schon überall und kommt damit auf effektive Werte, wenn man vor ihm steht, so um die 255 bis 260 Millimeter. Und die Gunblende, na gut, hier durch mehrere Schottpanzerungen lagen, kommt hier auf auch richtig fette Werte. Also der Kilana kann durchaus in der Front was bouncen, was der Krom dann wohl höchstwahrscheinlich nicht kann. Das wird interessant, weil ich bin nicht sicher, ob der etwas höhere Alpha dann von 800 das Ganze ausgleicht. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr skeptisch. Wir haben da noch mal 100 Hitpoints weniger. Aktuell werden sie identisch, aber der Krom dann mit 1300. Die Sichtweite 350 Meter. Auch da, das habe ich mir gerade ein bisschen unterschlagen, auch da wird der Krom nochmal schlechter in den neuen Werten. Da wird er dann identisch zum Kilana, denn aktuell hätte der Krom 370 Meter und wäre damit 20 Meter besser als der Kilana. Das reduzieren sie wieder. Tarnwert bleibt gleich. Minimal schlechter als der Tech Tree. Also insgesamt bin ich da sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen dieser maximale Unterschied an Panzerung. Natürlich sind wir ein bisschen mobiler, aber aufgrund des Alphas, der ja mit Distanz bei den Polen einfach abnimmt, ist halt die Frage, wie gut das Fahrzeug dann noch funktioniert. Denn wenn man die Teile schon so konzipiert, dass sie in der ersten Reihe kämpfen sollen, dann muss man ihnen mit einem starren Aufbau wenigstens ein bisschen Panzerung geben, damit sie das dann auch entsprechend spielen können. Weil ansonsten piekst du um die Ecke, teilst vielleicht eine 800er Granate aus, wenn du nah genug dran stehst, vielleicht auch bloß eine 700er, weil du schon wieder auf 150 Meter stehst oder was weiß ich nicht wo. Dann kriegst du aber direkt, wenn du auf der Heavy Lane stehst, von dem Gegenüber mindestens eine zurück, wenn da mehrere stehen, vielleicht sogar zwei. Das ist schwierig, aber immerhin sie versuchen, da einen gewissen Unterschied reinzubringen und sie versuchen, so interpretiere ich das mal, den Premium jetzt nicht als zu stark oder vielleicht sogar stärker als den Tech Tree dastehen zu lassen. Das soll das Update zum SDP-WZ-66-Krom gewesen sein, der jetzt mit diesen Werten neu in den Super-Test geht. Wenn der jetzt in den Super-Test geht, sehe ich den frühestens im Herbst in irgendwelchen Angeboten, Lootboxen, Events, was weiß ich nicht. Meine Theorie ist mittlerweile, der kommt einfach zu Weihnachten zu den Lootboxen und Wargaming verkauft das dann als neue Mechanik, damit sie einen Premium-Panzer bringen, der irgendwas Neues hat, was es dann de facto aber eigentlich nicht mehr ist. Lasst mir gerne eure Spekulationen in den Kommentaren da. Ich bin sehr gespannt. Was sagt ihr zum Fahrzeug? Lasst es mich wissen. Lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namenlich genannt, GameWarnFan, Kulle, Kirtano, Karbein, Heimdall, Rico, Rohrblitz und JanVG und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Bis zum nächsten Mal.